So, jetzt fahren wir hier die Spielstraße links, die Fonsandstraße, Fonsandplatz. Genau. Da haben wir die Müllabfuhr, das ist auch so toll hier. Pause. Genau. Geht wieder weiter hier. Wasser nicht so prickelnd, ne? Na, er will einparken. Hier längs. Hier auf Stopp. Wo sind wir denn nun? Heizen die ganz schön längs, ne? Warnhof Deutz, Lanzes. Was ist das hier? Hier ist eine Dönerpizza. Oh, da kann doch was essen gehen. Fahren wir mal, wenigstens in Köln, Deutz. Zentrum. Zentrum. Fahr da aus. Das mal wenigstens. Längst noch die Straßenbahn wieder. Nein. Ich muss das. Sollte So, dann müssen wir irgendwann ja wieder über eine Brücke, wie heißt das hier, Stadtteil Deutsch. Ja, da waren wir in Deutsch wenigstens. Irrtümlich, aber macht ja nichts. Wir fahren nur zum Spaß wollen. Mal die selbige Brücke zurück. Wollte eigentlich eine andere nehmen, aber das klappt ja hier nicht. Trotzdem, jetzt haben wir eine ganz andere Sicht und rechts ist der Dom. Wenn man sieht, ich hebe die Kamera mal hoch, da wollen wir mal hin. Mal sehen, was da alles Neues gibt. Hier ist auch interessant, da so eine komische Gebäude und jetzt kommt auch die Straßenbahn. Ja, ich weiß nicht, jetzt in der Innenstadt Köln. Am Kölner Dom haben sie ja Jahrhunderte an rumgebaut. Und wie ich weiß, waren da ja auch sogar Kräne, Drehtrad Kräne, 150 Jahre lang dran. Vorne ist noch hier links. Dom links rum. Wo steht das dran? Ja, dann kreisen wir den Dom mal, wenn wir Glück haben. So, bis gleich. Los geht's. Links ist die Handwerkskammer. Hier auch so ein Castle. Hier ist noch mal eine Brücke. Noch mal eine Brücke. Von der Brücke. Jetzt muss ich noch mal eine Brücke durch hier. So, lass es dir. Ich wollte auch den Dom sehen, aber jetzt ist nicht so ein Tunnel. Totale Scheiße hier. Du kannst doch mal wieder sehen, aber ist hier angeschissen. So, jetzt muss ich mich bestimmt links halten. Das mach ich auch mal. Jetzt bin ich ja wieder in so einem Stadtteil, wo ich gar nicht hin will. Ah, guck mal hier ist doch der Dom jetzt schon. Da fahr ich doch wieder runter durch. Guck mal hier, Bus Terminal, geradeaus der Dom. Den werden wir doch umkreisen. Links Rathaus und Altstadt. Auch mal links halten. Dom und Rhein, auch links. Ah, das ist ein Krieg. Wo ist der Dom natürlich so groß, dass wir ihn gar nicht sehen. Zumindest auf der Kamera nicht sehen. Aber er ist genau vor uns. Die Wände, die haben noch Glück gehabt, dass sie nicht voll geschmiert wurden. Da haben wir Glück gehabt. Wir fahren links. Oh, da oben ist er. Kann man das sehen. So, wir gehen los mit dem Audi A1 fahren wir heute wieder in so eine Brücke durch. Der ist ja eingekreist, der Dom hat nicht mal einen Platz davor. Oder das ist ja irgendwie an einer anderen Ebene. Jedenfalls bin ich hier, jawohl, wenn wir im Tunnelsystem. So, rechts rum. Hier rein. Parkhaus, das war ja wohl nichts. Das geht ja nun mal nicht. Da ist er wieder in der Dom. Da oben ist er. Das ist natürlich doof mit der Kamera jetzt. Da wollen wir den Dom erforschen. Bisschen Probleme hier mit dem Motor. Geht immer aus an jeder Ampel. Muss ich mich mal beschweren. Ja. Parkplatz, Dom und Rhein. Ja, jetzt haben wir das hier. Da ist der Dom. Ja, jetzt haben wir das. Bisschen besser. Den mal anhalten, mal kurz. Nur für Taxis, ne. Lassen wir ein bisschen weiter fahren. Einmal den Dom. Haben ja gesehen, das reicht ja auch. Soll das nur ein Überblick sein, wie das hier überhaupt abgeht. Ja. Das ist alles zugebaut um den Dom rum. Ja. Türkentauben. Da fahren wir hier nochmal längs. So eine richtige freie Sicht auf den Dom haben wir ja eigentlich nicht hier. Was man jetzt mal sagen kann. Ja, jetzt haben wir ihn. Da ist er. Zu groß einfach rum. Um ihn darzustellen. Ein Bild. Da ist er. So haben wir ihn. Ne. Das ist der Kölner Dom. Mit Hotel dabei. Das ist der Kölner Dom. Super Sache. Super Sache. So, jetzt fahren wir hier wieder runter. Wenn das dann geht. Der Bus folgte uns. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße. Das ist ja hier ganz schön verworren. Und komische Eindrücke dazu noch. Jetzt fahren wir hier runter. Durch den Tunnel da waren wir schon. Ne, also das muss man hier ein bisschen anders machen, Leute. Ich würde das mal alles rundherum abreißen. Und dann bauen wir es rundherum noch mal neu auf. Ein bisschen geordnet. Und dann wird hier sowieso ein bisschen ausputzen. Das müssen wir sowieso noch machen. Das ist aber ganz klar. So, da ist der Rhein da hinten irgendwo. Das fängt ja zu, ne. Hier kann es überall parken, aber nicht richtig fahren. So, germanisches Museum. Haben sie auch hier. Aber es sind relativ wenige Germanen noch. Kann man sagen, wenn ich das so gesehen habe. Kann ich hier dann links fahren. Ne, hier bin ich auf so einen Platz, wo ich gar nicht mehr weiterkomme. Dann dreh ich um. Hier sind so eine Hoppel da. So eine Steine, die nach oben rauskommen. Da muss ich umdrehen. Probable ich fahre nicht so einen Stein um noch. Ja, guck mal hier. Das ist auch noch so eine Kirche oder was das da hier ist. Mit vier Türmen an der Seite. Oder ist das irgendwas anderes? Ja, dann fahren wir hier hoch. Einbahnstraße wieder. Da ist das hier alles. Das römisch-germanische... ...Roseum. Römisch, ja. Ja. Das römisch-germanische Reich deutscher Nationen. Den gab es auch, glaube ich, ne. Genau das ist wieder der Dom. Und nochmal. Nochmal. In der Ansicht. Aber jetzt alles voll zugebaut hier, ne. Ist auch nicht so schön, ne. Wie kommen wir denn überhaupt hier wieder raus, ist die Frage. Ja, aber hier bauen sie wenigstens partiell. Ja, jetzt fahren wir hier längs. Ja. Da werden wir mal guter weißer Wagen. Da waren wir auch längs. Der ist auch egal. Der wäre links oben. Das ist nix. Links ist nix. Weiß ich genau. Ich fahr jetzt wieder hier hoch. Oder überhaupt erstmal hier hoch. Hotels haben sie. Ach so, guck mal hier. Ist auch ne gute Ansicht. Ah, wisst ihr. Auch so ein enges Bild da.